Johann Wolfgang Döbeiner war ein deutscher Chemiker, der als Vordenker für die Entstehung des Periodensystems gilt und mit der Untersuchung von Platin den Weg zur Katalyse ebnete. Leben Als Sohn eines Kutschers wuchs Johann Wolfgang Döbeiner in ärmlichen Verhältnissen auf einem Rittergut in Bug bei Weißdorf auf und erhielt nur mäßigen Schulunterricht. Er begann 1794 in Münchberg eine Lehre als Apotheker auf die eine fünfjährige Wanderschaft folgte. Er arbeitete in Apotheken in Dillenburg, Karlsruhe und Straßburg und eignete sich nebenbei autodidaktisch Kenntnisse in Chemie, Botanik und Mineralogie an. 1802 kehrte er zurück, schaffte es allerdings nicht, sich als Apotheker selbstständig zu machen. Auf sich aufmerksam machte Döbeiner durch Untersuchungen von praktischen chemischen Problemen. So erhielt er schließlich 1810 von Herzog Karl August von Sachsen-Weimar eine außerordentliche Professur für Chemie, Pharmazie und Technologie an der Universität Jena. Da er kein akademisches Diplom vorweisen konnte, wurde ihm der Titel eines Dr. Phil. Für die Fakultät war die Auswahl von Döbeiner ein Glücksgriff, denn in seiner Person verbanden sich Genialität als Forscher. Ein sehr starkes Interesse an technischen Vorgängen und eine hervorragende Lehrbefähigung. Seine Vorlesungen waren sehr praktisch geprägt durch viele Experimente zur anorganischen und organischen Chemie. Zusätzlich gab es zahlreiche Ausflüge zu chemischen Fabriken in der Umgebung von Jena, um seinen Studenten chemische Technologie und pneumatische Chemie in der Praxis zu zeigen. Einer seiner später ebenfalls sehr erfolgreichen Schüler war Rudolf Christian Böttger, Erfinder von Sicherheitszündhölzern und Weiterentwickler der Galvanoplastik. Als chemischer Berater von Herzog Karl August beschäftigte er sich mit der Verbesserung von Fabrikationsverfahren und dem Aufbau verschiedener Betriebe, die sich gewinnbringend nutzen ließen. Er wurde um eine Expertise der Bad Berger Mineralquellen gebeten, wirkte mit an der Errichtung einer Schwefelsäurefabrik und entwickelte Verfahren zur Gewinnung und Verwertung von Indigo anstelle des Färberweits. Weiterhin wurde zur Zeit der Kontinentalsperre unter Döbereiners Mitwirkung in Tiefort eine Fabrik zur Zuckergewinnung aus Stärke erbaut und auch die Herstellung von Essigsäure nach dem Schnellessigverfahren durch Oxidation von Alkohol wird erwähnt. Dazu kommen noch Brennereien und Brauereien. Um 1818 unternahm er auf Anregung Goethes und des Großherzogs Versuche zur Gaserzeugung für Beleuchtungszwecke. Dabei fand er, dass Gohle und Wasser bei ihrer Wechselwirkung in hoher Temperatur das wohlfeilste und reinste Feuergas ergeben. Im gleichen Jahr 1818 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt. Durch diese Versuche sollten Informationen zur Entstehung der Minerale erhalten werden. 1828 führte er Schmelzversuche zur Herstellung von Cholestin Baruth Glas durch und untersuchte auch Gärungsprozesse. Seine wichtigsten und bekanntesten Entdeckungen machte er im Bereich der katalytischen Wirkung von Platinmetallen und in der Feststellung von Ähnlichkeiten bei den Eigenschaften der damals bekannten Elemente. Weniger bekannt ist Döbereiner als ein Wegbereiter der chemischen Praktika im Lehrbetrieb an deutschen Universitäten. Noch vor Justus von Liebig in Gießen hielt Döbereiner 1820 in Jena ein chemisch-praktisches Kolloquium ab, das sich bei den Studenten größter Beliebtheit erfreute. Goethe unterstützte dies durch den Ankauf eines Hauses in Jena sowie mit der Beschaffung von Laborgeräten. Döbereiner ist aus Dankbarkeit trotz finanzieller Probleme der Jena-Universität treu geblieben, obwohl er ehrenvolle Berufungen an andere Universitäten erhalten hatte. Er starb am 24. März 1849 in Jena und wurde auf dem Johannesfriedhof am Philosophenweg beigesetzt. Die Inschrift auf seinem Grabstein lautet, Berater Goethes Schöpfer der Triadenlehre Entdecker der Platinkatalyse Entdeckungen Döbereiner gilt als Vordenker für den Aufbau des Periodensystems der Elemente. 1816 entdeckte er einen Zusammenhang zwischen den Elementen Calcium, Strontium und Barium. Sie hatten sehr ähnliche Eigenschaften und die Atommasse des mittleren Elementes war gerade der Mittelwert der Atommassen der beiden anderen Elemente. Diese Erkenntnis wurde 1829 in seiner Arbeit Versuch zu einer Gruppierung der elementaren Stoffe nach ihrer Analogie veröffentlicht. Döbereiner ordnete dabei 30 von damals 53 bekannten Elementen in dreier Gruppen den Triaden an. Durch die Triadenregel konnten Vorhersagen über noch nicht bekannte Elemente gemacht werden. So sagte Döbereiner das Atomgewicht des Broms vorher. Die Döbereiner-Schüttriadenregel bildete eine wichtige Grundlage für das um 1870 entwickelte Periodensystem der Elemente. Katalyse und das Döbereiner Feuerzeug Einen großen Anteil seiner Forschung machte die Untersuchung der katalytischen Wirkung der Platinmetalle aus. Bereits 1816 gelang ihm mit Hilfe von Platinmordioxidation von Ethanol zu Essigsäure. Einige Jahre später gelang ihm mit der Entzündung eines Knallgasgemisches unter dem Einfluss von Platinschwamm eine der wichtigsten Entdeckungen der frühen Katalyse Chemie. Sie führte zur Erfindung des Döbereiner-Scheng-Platin-Feuerzeugs, das zu einem begehrten Handelsobjekt wurde. Mit der Beobachtung, dass Knallgas auch mittels eines Iridium-Osmium-Gemisches zur Explosion gebracht werden konnte, entdeckte Döbereiner 1824-Dekasekunden-Prinzip der später in der chemischen Großindustrie eingesetzten Mischkatalysatoren. In einem Glasgefäß befindet sich verdünnte Schwefelsäure und in einer darin eintauchenden Glasglocke ein Zingstück. Am oberen Ende wird die Glasglocke durch ein Ventil verschlossen öffnet man dieses durch Betätigen eines Hebels. Strömt das Gas in der Glasglocke durch eine Düse nach draußen, die Säure steigt auf und reagiert mit dem Zink, wobei Wasserstoffgas H2 entsteht. Dieses strömt durch die Düse auf einen Platinschwamm. Dieses katalysiert die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff 2H2 plus O2 2H2O. Durch die dabei frei werdende Wärme wird das Gasgemisch entzündet. Lässt man den Hebel los, wird das Ventil wieder geschlossen. Das Wasserstoffgas kann nicht mehr nach oben entweichen und drückt die Säure aus der Glasglocke zurück in das Vorratsgefäß. Ehrungen In Hof ist die Döbeiner Straße nach ihm benannt. Ihm zu Ehren trägt ein Hörsaal der chemisch-geowissenschaftlichen Fakultät der Universität Jena den Namen Döbeiner Hörsaal, welcher sich nur wenige hundert Meter von seinem Grab entfernt befindet. Vor dem Gebäude findet sich eine Statue von Döbeiner. Die Gemeinde Weißdorf ehrte ihn mit einer Gedenktafel am Rittergut Bug, in dem er seine Kindheit und Jugendzeit verlebte. Vom 20. bis 22. Mai 1980 fand in der Friedrich-Schiller-Universität Jena ein internationales Döbeiner-Kolloquium anlässlich seines 200. Geburtstages statt. Der Asteroid Döbeiner wurde am 27. April 2002 nach ihm benannt. Schriften Briefwechsel zwischen Goethe und Johann Wolfgang Döbeiner H.S.G. und J.R.L. von Julius Schiff Weimar, Bölau 1914 Briefe des Großherzogs Karl August und Göttisch an Döbeiner H.S.G. von Oskar Schade Weimar, Bölau 1856 Mitarbeit an mehreren Teilen des Deutsches Apothekerbuch von J.W. Döbeiner und Franz Döbeiner Stuttgart-Becher Verlag um 1842 F.F. Erste pharmaceutische Technologie und Warenkunde 2. Grundriss der gesamten Chemieabt 1. Grundriss der Chemie 3. Pharmaceutische Chemie 1847 J.W. Döbeiner's Beiträge zur Gärungschemie mit Holzschnitten 2. Sehrwerb Unferm Aufel 1844 Jena Hochhausen J.W. Döbeiner's ältere und neuere Erfahrungen über die Fabrikation und Verbesserung der natürlichen und künstlichen Weine über Bierbrauerei und Essigbereitung Jena Aufel 1850 Grundriss der allgemeinen Chemie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen entworfen von J.W. Döbeiner Teil Supplet B.D. Dritte Fern und Verb Aufel Jena Kröker Stuttgart Balz 1837 Großherzogliche Lehranstalt für Chemie von J.W. Döbeiner in Historisch-Dopografisches Taschenbuch von Jena und seiner Umgebung herausgeguckt von Jonathan Karl Zinker unter Mitwirkung der Herren Bremen Döbeiner e.H.L. Jena Frommann 1836 Appen 3 Vierte 63 zu 64 Online Zur Chemie des Platins in wissenschaftlicher und technischer Beziehung von J.O. Hannes W. Wolfgang Döbeiner Stuttgart Balz 1836 Anfangsgründe der Chemie und Stöchiometrie von J.W. Döbeiner Dritte Fern und Verb Aufel 1826 Jena Kröker 1826 Umfang X358S 4 Nebend Grundriss der allgemeinen Chemie Zeichen und Zahlen der Elementarstoffe und der wichtigsten unorganischen Verbindungen derselben Verfasser Döbeiner Johann Wolfgang Zweite Ferm und Verb Aufel 1823 Jena Kröker 1823 Umfang 12 Tief Darstellung der Zeichen und Verhältniszahlen der irdischen Elemente zu chemischen Verbindungen von J.W. Döbeiner Jena Kröker 1823 Über neu entdeckte höchst merkwürdige Eigenschaften des Platins und die pneumatisch kapillare Tätigkeit gesprungener Gläser Ein Beitrag zur Corpocular Philosophie von J.W. Döbeiner Jena Schmidt 1823 Über die chemische Constitution der Mineralwasser oder Beweis Das auch in den Mineralwissern das Gesetz der bestimmten chemischen Mischungsverhältnisse walte Johann Wolfgang Döbeiner Jena 1821 Anfangsgründe der Chemie und Stöchiometrie von J.W. Döbeiner erschienen Jena in der Kröker-Symbuchhandlung 1819 Umfang 14 424 S 4 G.E.F. B.E.L.E. 4 I.L.2 Ganz umgeab Aufel von J.W. Döbeiner 1816 erschienen im U.D.T. Grundriss der Allgemeinen Chemie Grundriss der Allgemeinen Chemie Zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen entworfen von J.W. Döbeiner Jena Kröker 1816 Umfang 8 279 S Darstellung der Zeichen und Verhältniszahlen der irdischen Elemente zu chemischen Verbindungen J.W. Döbeiner Zweite Aufel Jena 1813 Lehrbuch der Allgemeinen Chemie Zum Gebrauche seiner Vorlesungen entworfen von J.W. Döbeiner Jena Akademische Buchhandlung 1811 zu 1812 Lehrbuch der Allgemeinen Chemie Zum Gebrauche seiner Vorlesungen entworfen von J.W. Döbeiner Teil B.D. 1. Jena Akademische Buchhandlung 1811 Umfang V.I. 559 S Lehrbuch der Allgemeinen Chemie Zum Gebrauche seiner Vorlesungen entworfen von J.W. Döbeiner Teil B.D. 2. Jena Akademische Buchhandlung 1811 Umfang 428 S Lehrbuch der Allgemeinen Chemie zum Gebrauche seiner Vorlesungen entworfen von J.W. Döbeiner Teil B.D. 3 Jena Akademische Buchhandlung 1812 Umfang 222 S Diyech An Knoll 4. Jena Jena F. Jena